Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge First Descendant. Sooo, wo waren wir denn eigentlich? Guten Tag. Moin. Sehr gut. Soll ich mich nicht anordnen? Geh mit Valby. Ich werde auch Preparationen machen. Jawohl, gemacht. Eugen, wir sind alle Teammitglieder. Kannst du deine Attitüte ein bisschen? Entschuldigung, viel Zucker hier. Sei doch mal nicht so mit. Was ist denn los mit dir? Jetzt, sei doch mal nicht so freundlich. Wie ist das Leben? Wie ist das Leben? Warum? Wie ist das Leben? Oh. Die Medikamente-Kore-Unit, die er in charge of war, war, während des Kampfes. Eine Erdbezüge von der Hauptbasis von der Ordnung der Wahrheit kam. Yujin war ein paar Säge der Säge sehr verletzten Soldaten, also konnte er nichts tun. Also, um ihn zu helfen, seine Medikamente-Kore-Unit respondte zu der Request. Sie haben nicht zurückgebracht, und wir verloren mit ihnen. Hört sich nicht gut an. Okay. 50% mehr. Das ist so strange. Warum würden sie ihre Fortschritte reduzieren? Wenn man die Fortschritte wirklich reduziert hat, dann müssen wir durch die Fortschritte ohne Probleme kommen. Die Prime Hand sind einfach außerhalb. Walby, willst du uns einfach durch die Fortschritte durch die Fortschritte? Hast du sicher, dass deine Fortschritte nicht beeinflusst? Was? Ich frage dich, wenn du aus deinem Kopf bist. Die Fortschritte nahe der Fortschritte mit der Fortschritte. Wir haben gesagt, dass die Fortschritte der Fortschritte reduziert wurde. Stopp looking at your charts and read the report from HQ. If you see any way of breaking through the gate, please, let me know first. I need to find my core members. Of course, doctor. Now, of course, doctor. So, bin here. This is the only way to get through the gate. So we have to move quietly. Wait. I see order of truth scouts. They must be on patrol. Let's attack them before they spot us. I want you to take care of all of them before the alarm goes off. Was ist mit denen hier jetzt auf einmal? Geh weg. Hmm. They're clearly scouts. But there's no alarm. Something's not right. Ach, da oben sind wir hin. Entschuldigung, bin ich gesehen. Tut mir leid. Ich bin blind. Hui. Hu hu. Ich bin blind. Geht mir doch mal nicht auf den Keks. Danke. Dankeschön. Ich wusste es. Sie sind ein improbisierter Umgebung. Wenn wir die, die die Orte geben, dann wird das Rest so leicht, als die Strecke nachdenken. Okay. Na dann. Probieren wir was normales. Ich habe mal was schönes bekommen. Wo geht's denn weiter? Da hinten alles. Ja, geradeaus. Okay. Na dann. Ups. Ja, geradeaus. Okay. Na dann. Was ist das denn? Hä? Okay. Mir geht's nicht weiter. Ach, jetzt geht's. Okay. Okay. Ja. Auf Wien. Wir gehen. Wir gehen. Wir gehen. Ich kann nicht genug Fulgust-DNA, ich kann ein Dämmchen bauen, die durch die Gäste wegküren. Mugen, hörst du mich? Ich weiß, dass du wahrscheinlich schon beschäftigt hast. Ich nehme das. Ich bin sicher, dass wir die Daten holen werden. Er stiehlt niemand irgendwas. Nicht ohne mich vorher zu fragen. Gibt's mir hier, du Öffel! Ich hoffe doch nicht ewig Zeit. Es ist nicht möglich, um die Wahrheit zu analysieren. Wir brauchen so viel Daten wie möglich. Es ist sehr komplex. Genetik Mapping ist ein einfaches Verhältnis. Dürfte ich jetzt? Danke. Hier. Komm mir nicht auf den Sack. Nein! Ich wollte gerade zünden. Dürfte ich jetzt... Hallo! Ich muss mir das angehören, die ganzen Typen vor dem Ding zu töten. Und nicht irgendwo in der Gegend rum zu hüpfen. Das geht zehnmal schneller. So. Was haben wir denn jetzt hier schönes? Zack! Was ist das denn? Achso, das ist wieder so ein... Das krieg ich mir doch eh nicht hin. Das ist... Das wird das uns gleich sein. Wir haben hier kein... Datenfragment... W-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w. Datenfragmenten... Wie heißt denn das? Ach, hier, was muss ich meinen? Analyser... Analyzer... Datenanaly... Analyzer... So. So. Das muss ich jeder von denen sein. G cuarto? Ukraine, presente! und hier ist das Zuhause? Oh, das ist schon gut, das ist schon neu. Da war's. Das ist ein Schuss. Das ist ein Schuss. Einmal etwas riecht. Was ist passiert mit dem Schuss? Was ist passiert mit dem Schuss? Ich habe nichts riecht. Der Schuss ist nicht. Es ist zu früh, um zu Ende zu kommen. Wir brauchen mehr Daten. Wir schauen uns auf die Schuss des Schuss. Für jetzt. Das wäre ein Schuss. Das würde ich nicht mehr sagen. Das ist ein Schuss des Schusses. Das wäre ein Schuss. Jetzt bin ich noch mal. Nein, nein. Das wäre ein Schuss. Ich habe keine Munition mehr. Nein, nein. Das schauen wir gar nicht erst an. Mach mal ganz kurz hier rüber. Danke. Brauchst du wieder keine Munition mehr? Das finde ich scheiße hier. Ja genau. Ups. Ich muss mal kurz da hoch. Danke. Nur kein Stress, meine Freunde. Ihr müsst mir nicht hinterher laufen. Wieso kleine Tage? Ich bin los. Ich bin los. Ich bin los. Wieso? 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 Ich bin los. So. Nein, wir fahren erst mal. Wir fahren erst mal. Quatsch, wir gehen erst mal hier rüber. Wir fahren erst mal fort. Dann können wir nach Hause laufen. Ähm. Okay. Okay. So. Ja. Ach, da hinten war ja auch noch eine. Und vor allem haben wir... Was sind wir denn eigentlich? Da sind wir. Da hinten irgendwo ein Port verpasst. Was? Den müssen wir erst holen. Das geht ja nicht. Wir müssen den schon holen, nicht? Wenn der hier rum steht. Sonst langweilt der sich ja. Das geht ja nicht. Alles gut. Deine Kommers kommen auch nicht. So. Wo haben wir denn das scheiß Ding? Hä? Bin dran vorbeigelaufen? Hä? Hä? In der Richtung müsste das sein. Hä? Soll das gewesen sein. Ach, da drüben. Oder? Kann das sein? Was auch immer. Was auch immer. Da unten ist es. Gubbs geht unten. So schön. Warum sieht denn das so alt aus? Ist das nicht? Und das aus? Das ist ja so. Ja? Das ist ja so. Und erstmal noch. Wir müssen den barrieren entfernen. Ich bin die Sperger. Und du bist die Muscle. Und dann also. Das ist ja auch. Ich gehe in und scöne den Bereich. Um die Barriere zu entfernen, ich denke, wir müssen die Targets verbundenen zu finden und die Eliminieren. Ja? Ja, aber fahre. Die Inhalte der Barriere ist sehr gefährlich. Fahre, und versuchen nicht zu werden. Stopp. Ich losse. Ich losse. Ouch. Dann fällt um. So krass bist du nicht. Geht doch. Oh wow. I'm losse. Oh wow. Auf dem mit. Wieso nicht? Wieso nicht? Ich bin mir jetzt voll gemeckert, weil da allein nur was ist. Ne, ne. Wohin? Oh. Ach, die Scheiße hier. Die sind nervig. Hm? Wohin? Ach da. Nein, hör auf rum zu spucken. Seid doch mal zivilisiert, Mensch. Das ist gut. Ups, das war bei mir. Ehe. Bleiben sie hier. Da können sie was erleben. Spuggi ist wieder da. Ah, da ist noch so ein Spuggi. Ach, Mann. Ja, macht nix. Der ist auch da. Der ist auch da. Ja. Bis zum nächsten Mal. Ich würde mich freuen... Nein, Quatsch. Oh Gott. Ähm. Ich... Ja. Mach jetzt hier Feierabend. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Bye-bye. Okay. Oh mein Gott, was ist denn los? Oh mein Gott, was ist denn los? Wir変 lasten mal an. In der Zeitraum. Bis zum nächsten Mal.